Was ist der Samtgemeinde-Jugendfeuerbewart der Samtgemeinde Grafschaft Hoja? Ja, wir haben hier ein kleines Gemeindejugendfeuerwehrzeltlager, wo alle vier Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde teilgenommen haben. Wir waren zu Spitzenzeiten 80 Teilnehmer und das war dann mit einer Kinderfeuerwehr, die mit 20 Kindern teilgenommen hat. Jetzt sind wir 50 Teilnehmer ungefähr. Wir haben verschiedene Aktivitäten gemacht, zum Beispiel den Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehr haben wir durchgeführt. Dann haben wir ein Völkerballturnier mit den einzelnen Gruppen gemacht. Dann haben die Stützbunk-Ortsfeuerwehren eine Übung ausgearbeitet für die Jugendfeuerwehren. Wir haben Abendveranstaltungen gemacht, wo die Jugendsprecher zum Beispiel eine Abendveranstaltung organisiert haben, wo Dings gezogen werden, Fahrzeuge gezogen wurden. und jetzt sind sie eine Ausung worden, das müssen wir unter quién Smile madre. Was sollen die Tierfuine gehen? Insofernusage! Oh! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Musik Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020